Baum oder Berg? Heute mit Johann König. Laut oder leise? Leise. Kaffee oder Tee? Kaffee. Mittelmeer oder Atlantik? Atlantik. Salzig oder süß? Süß. Du oder Moll? Moll. Kölsch oder Alt? Kölsch. Baum oder Berg? Baum. Comedy oder Kabarett? Comedy. Mailand oder Madrid? Hauptsache Italien. Kino oder Netflix? Kino. Schubert oder Sträter? Schuhsträter. Superheld oder Bösewicht? Bösewicht. Fisch oder Fleisch? Fisch. Dusch oder Wanne? Bande. Bahn oder Flieger? Bahn. Geld oder Liebe? Geld. Koch oder Kelder? Liebe. Mülheim oder Monheim? Monheim. Milch oder Zucker? Milch. Online oder Offline? Online. Stadt oder Dorf? Dorf. Tennis oder Fußball? Tennis. Pauke oder Trompete? Pauke. Buch oder Podcast? Podcast. Kneipe oder Hotelbar? Kneipe. Popcorn oder Chips? Popcorn. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Kopf oder Zahl? Zahl. Dankeschön. Das war mal schnell. Das war mal schnell. Untertitelung des ZDF, 2020